Beachte genau diese drei Punkte und deine Ads werden wieder richtig gut laufen. Mein Name ist Alexander Kraus, ich bin Geschäftsführer der Digital Honeycomb GmbH. Zusammen mit meinem Team unterstützen wir Coaching- und Beratungsunternehmen dabei, mehrfach sechsstellige Monatsumsätze mit ihrem Online-Marketing zu erzielen. Ich gebe dir jetzt einfach mal ganz kurz und knapp drei Punkte mit, die deine Werbeanzeigen erfüllen sollten, damit sie richtig gut laufen. Entweder sind deine Werbeanzeigen ein bisschen abgeflacht in der letzten Zeit, laufen nicht mehr so gut, wie sie mal gelaufen sind. Oder du hast generell einfach den Wunsch, dass deine Anzeigen besser laufen, weil sie noch nie so gut gelaufen sind, wie sie sollten. Oder du fängst vielleicht das erste Mal an, Werbung zu schalten, Planswerbung zu schalten, willst Mitarbeiter, Agentur mal gegenchecken, ob das alles so weit gut und rund läuft. Egal, wie du gerade zu deinen Ads stehst, checke auf jeden Fall mal diese drei Punkte. Und ich bin mir sicher, dass diese drei Punkte deine Performance nochmal deutlich verbessern werden und dir zu mehr Leads verhelfen werden. Denn mehr Leads bedeuten mehr Verkaufschancen, bedeutet dann auch am Ende des Tages mehr Umsatz. Und der erste Punkt, den deine Ads erfüllen sollten, ist ein gutes Demarketing. Mit Demarketing meine ich, dass deine Werbung so gestaltet sein sollte und die Texte und die Bilder so definiert sein sollten, dass sie natürlich deine Kunden ansprechen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass sie deine Nichtkunden, also die, die du gar nicht haben willst, aus dem Markt abschrecken und für die irrelevant und uninteressant sind. So ein kleines Beispiel für Demarketing wäre zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du machst Beratung in mittelständischen Unternehmen, also Unternehmen, die 10, 20, 30, 40 oder noch mehr Mitarbeiter haben. Und das ist so dein idealer Kunde. Und die Solo-Selbstständigen und Freelancer und Einzelselbstständigen, die willst du eigentlich nicht als Kunden haben. Wie baut man jetzt ein gutes Demarketing auf? Also wenn man es falsch macht, würde man jetzt eine Anzeige machen, so wir helfen dir als Unternehmen mehr Kunden zu gewinnen, weiter zu wachsen und dein Unternehmen zu skalieren. Da würde sich auch der Selbstständige und der Freelancer angesprochen fühlen, weil der denkt sich, ja, ich will ja auch mal ein Unternehmen aufbauen und ich will das ja auch, dann wird das schon interessant für mich sein. Besser ist es aber, wenn du schon direkt inhaltlich von deiner Marketing-Idee, von deinem Marketing-Material, von deiner Botschaft etc. direkt Themen ansprichst, wo ein Solo-Selbstständiger dann in diesem Beispiel nicht mit resonieren kann und gar kein Interesse daran hat, sich das runterzuladen. Also zum Beispiel wäre das sowas wie Blaupause für einen Mitarbeiter-Schulungsplan oder so. Wenn du sowas inhaltlich rausgeben würdest, ein Freelancer hat keine Mitarbeiter, der braucht also keine Blaupause für Mitarbeiter-Schulungspläne. Jedes Unternehmen, das aber Mitarbeiter beschäftigt, braucht das Ganze. Und auf die Art und Weise gibt es in jedem Markt, in jeder Zielgruppe immer wieder Themen, die du fein einbauen kannst in dein Marketing, wodurch mit einem Schlag sich die schlechten Leads nicht mehr angesprochen fühlen und das Krasse ist, dass deine Top-Leads, also die du wirklich haben willst, fühlen sich nochmal umso mehr angesprochen, weil es noch besser auf ihre Situation passt. Und das meine ich mit Demarketing. Also hinterfrag dich mal selber, würde sich von deiner Marketing-Botschaft auch jemand angesprochen fühlen, der eigentlich nicht deine Qualitätskriterien, die du an einem Lead hast, erfüllt? Und wenn das der Fall ist, ändere deine Marketing-Botschaft, mach sie mehr als Demarketing-Botschaft für deine nicht so gern gewollten Interessenten und damit verbesserst du auch schon mal dein Marketing. Dann, zweiter Punkt, wie du deine Ads verbessern kannst, ist das Thema Trust. Denn gerade die Lead-Qualität, das zahlt jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf die Menge an Leads ein, also das auch, aber vor allem die Qualität deiner Leads wird besser, wenn du als hochwertiger, qualitativ sehr guter Anbieter dastehst. Und der einfachste Weg, um in Werbeanzeigen und in deinem Marketing Qualität zum Ausdruck zu bringen und Vertrauen aufzubauen, sind einerseits Kundenstimmen. Das kennt ja eigentlich jeder, weiß auch jeder, dass das wichtig ist. Der zweite Punkt ist aber auch das Thema Design, also dass du einen hochwertigen Auftritt hast, dass du hochwertige Fotos hast, hochwertige Videos hast, dass deine Landingpages ordentlich gestaltet sind und nicht irgendwie mit irgendeinem Funnel-Bilder von dir selber zusammengeklickt sind. Und wenn du diese Kriterien erfüllst und das sieht einfach schon mal auf den ersten Blick seriös und hochwertig aus, dann hat das schon einen hohen Einfluss auf deine Qualität. Auch ein ganz wichtiger Faktor, du schaltest zwar Werbeanzeigen und da sieht alles tiptop aus, aber deine Homepage, deine Webseite ist nicht vorhanden oder sieht alt aus oder ist eigentlich kaum zu gebrauchen und du denkst dir, naja, da geht ja eh keiner drauf, weil du schaltest ja Werbung auf eine Landingpage, das ist aber nicht so. In dem Moment, wo du Werbung schaltest, gibt es immer Leute und das sind halt gerade die, die sich wirklich für dein Angebot interessieren, die dich bei Google eingeben, dann auf deine Webseite kommen und sich dann deine Webseite anschauen und dann erst entscheiden, ob sie ein Gespräch bei dir buchen. Das heißt, diese Webseite hat einen unglaublich hohen Einfluss und sollte deshalb auch entsprechend ordentlich aussehen. Und der dritte Punkt ist, dass du den Algorithmus richtig fütterst, um deine Kampagnen zu optimieren. Also basic wäre mal ein Facebook-Pixel zu haben, die Conversions, die du in deinen Kampagnen erzielen möchtest, über den Facebook-Pixel auch einzurichten. Also wenn du jetzt eine Kampagne auf ein Erstgespräch oder auf ein Webinar schaltest, dass dann die Eintragung zu diesem Erstgespräch oder zu diesem Webinar auch als Conversion-Event wieder über den Pixel zurück an Facebook übermittelt wird, damit Facebook daran lernen kann, wer deine Zielgruppe ist. Und da gibt es je nach Budget, was du hast, je nach Funnel, den du gerade bewirbst, noch ein paar Strategien, wie man das noch mehr verbessern kann. Da gebe ich jetzt einfach nur mal so eine Idee mit. Und zwar könntest du zum Beispiel gerade bei so einem Webinar deine Kampagne nicht auf die Webinar-Anmeldung, sondern auf die Webinar-Teilnahme optimieren. Das heißt also, dass die Conversion nur übermittelt wird, wenn jemand tatsächlich teilnimmt am Webinar. Oder wenn du Erstgespräche generierst, gerade in B2C-Märkten, wo du vielleicht recht viele günstige Erstgespräche generierst, lass doch den Pixel mal nur abfeuern, wenn dein Lead in der Anfrage ein paar Kriterien wirklich positiv beantwortet. Das heißt also, wenn du zum Beispiel die Frage stellst, das machen ja viele in ihren Formularen, bist du bereit, in dich selbst zu investieren? Und die Leads, die da Nein ankreuzen, die werden gar nicht erst an Facebook als Conversion zurück übermittelt, sondern nur die Ja ankreuzen. Das führt dazu, dass Facebook natürlich viel, nur noch hochwertige Conversions erfasst. Dein Conversion-Tracking ist dann ein bisschen anders. Also es kann dann in Facebook natürlich abweichen von deinen tatsächlichen Anfragen. Aber Facebook fängt an, mehr darauf zu lernen, wer die qualitativ hochwertigen Leads sind, die an deinen Webinaren teilnehmen, die die Kriterien in deinem Fragebogen so ausfüllen, wie du dir einen perfekten Kunden vorstellst. Und wenn du diese drei Punkte einfach in deinen Anzeigen schon umsetzt, wirst du bessere Ergebnisse haben, mehr Leads gewinnen, bessere Leads gewinnen und auch mehr Umsatz machen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, genau das zu tun. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich gerne für ein persönliches Beratungsgespräch. Ich würde mich sehr freuen darüber. Du kannst es vereinbaren unter www.digitalhoneycomp.de. Gespräch findet dann mit uns persönlich statt. Und ich würde mich sehr freuen, dich da drin einmal zu sehen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, dein Alex.